Ich bin gerade aufgestanden. So, ich bin jetzt im Badezimmer, ich werde mir die Zähne putzen, danach gehe ich gleich wieder ins Zimmer und werde dann meine erste Getränke vorbereiten für den Tag. Das muss ich auch nicht in den Magen nehmen, halbricht oder bevor ich mich ernähre. Noch habe ich keinen Hunger, aber ich kenne das schon mal. Ich bin jetzt im Badezimmer. Nun habe ich meine Zähne fertig geputzt, ich gehe wieder zurück ins Zimmer und werde dann meine Präparate zubereiten. So, ein Präparate habe ich gleich rausgespritzt, aber bevor ich den Tag starte, mache ich gleich mein Fenster auf, damit ich hier ein bisschen mehr Lichtdrehen habe. Ich bin ja nicht so begeistert, ich bin gar nicht so begeistert, ich bin gar nicht so begeistert. So, dann setzen wir uns wieder hin. So, da la la. Ich habe mir da so einen Plan gemacht mit Darm Sanierung und habe mir die 21 Karte hier drauf gezeichnet. So, ihr könnt sie sehen. Und genau hingeschrieben, wie ich den Präparate einnehmen werde. Obwohl ich das auch so weiß und obwohl es auch hier auf entsprechende Präparate auch nochmal drauf steht. So habe ich mir das aufgeschrieben, damit ich jeden Tag, wenn es den Tag fertig hat, eine einfach durchstreichen kann. So, gehen wir einfach mal zum Präparat. Jetzt am Morgens auf nüchteren Magen werde ich Pro M Sand nehmen, 30 Milliliter. Ich habe hier eine Kappe drauf und das sind genau 30 Milliliter. Bevor man das einnimmt, muss man das ein bisschen schwenken, also nicht schütteln, nur ein bisschen schwenken. Aufdrehen. Einschränken. Das sind genau 30 Milliliter und das trinke ich nicht. Es schmeckt schon ein bisschen rumig. Aber ich werde eher so nach ein Getränk, was ich von meiner Kindheit aus kenne. Das haben wir in der Bekommnung mehr als nur ein Sohn. Das habe ich schon 엄청, ich stehe als nur L-Franchi und Militier aus kenne. Das war eher aus Kräutern 정도로 Lust. Wir schauen mal, was das Lebenserschosen dieses alles ist. Wir da finden, frei hier in der Brüder. Ich auch schon aus Kräutern und r�장 sein. Wir schauen, grill von Karne versatz. mit glänzendem Lachs vornehmen, ich glaube, ich habe ganz rot gekonnt, und viel Karte, wie das schmeckt, das ist eher, jetzt muss ich das schon mal gleich machen, und so ist es schon ein bisschen besser, genau. Jetzt werde ich meine Einkaufsliste schreiben, und ich bin jetzt mal einkaufen. Bevor ich zu einkaufen gehe, muss ich mir das jetzt machen, ich melde mich später noch mal bei euch. Ich habe mich schon fertig gemacht, und werde jetzt meine Haare frisieren. Ich muss einfach das wieder platt nehmen. Ich wollte noch eine Einkaufsliste schreiben, dann ist mir aufgefallen, dass ich meine Einkaufsliste gestern schon auf mein Handy geschrieben habe, deswegen werde ich jetzt gleich losgehen und einkaufen. wir sehen uns später, entweder im Einkaufszentrum, oder wenn ich zurück nach Hause gehe. Ich bin jetzt wieder zurück zum einkaufen, und habe mir mehrere Lebensmittel gewohnt, vor allem afrikanische Lebensmittel, weil die schmecken meistens immer nur zwei und dann Zucker an. Ich habe mir sehr viel Gemüse gewohnt, weil ich auch sehr viel Gemüse essen werde, dass da Gemüse sehr, die nicht Zucker enthält, bzw. gar keinen Zucker hat. Hier habe ich einfach zum Beispiel Gemüse gemacht. Also so schaut mein Frühstück aus. Ich habe mir ein gebratenes Ei mit Käse, Big Beans, Vollkorn, Brot und Gurken. Dazu noch habe ich schwarzen Tee. Normalerweise trinke ich meinen schwarzen Tee mit Milch und Zucker, aber da ich ja kein Zuckertränken essen darf, mache ich einfach Milch rein, dass es nicht das Bitter schmeckt. Ich bitte nicht für den Schmeißen, bitte. Genau, das ist okay. So, jetzt zum Mittagessen, nehme ich von dieser Flasche hier. Das ist diese Mikroveda Life to a Bio. Nämlich 25 Milliliter. Das habe ich mir hier gefangen. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Das schmeckt sehr eigen. Das geht's. Zum Mittagessen gibt's jetzt bei mir blühte Pfannengemüse. Mit Kichererbsen und Feta. Das sind Tootten. Und... Ich glaube schon, dass es ganz lecker schlucken wird. Es geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 시 das ist eine afrikanische wurzeln schmeckt eigentlich sehr neutral mit frisch zu brach mit tomatensoße das ist so eine scharfe chili soße eigentlich das ist sehr scharf und natürlich sardinen damit ist nicht so scharf ist für mich genau das ist mein abendessen das würde ich jetzt schneiden mit salzen und frizieren in öl also leute jetzt sind wir auch schon zum schluss gekommen mein letzter präparat ist jetzt diese pro basam komplette das hier muss ich am abend halbe stunde bevor ich einschlafen gehe einnehmen und zwar brauche ich zwei solcher löffel in einem halben glas mit stilles wasser gefüllt das muss ich durch rühren zehn minuten ziehen lassen trinken halbe stunde vor schlafen gehe ich merke schon wie ich müde werde deswegen würde ich das jetzt schon mal trinken damit zu den 16 millionen einschlafen schon mal das präparat eingenommen habe deswegen würde ich das jetzt auflösen gebe mein zähneputzen mich frisch machen fürs bett dann sehen wir uns morgen wieder ich bereiche jetzt das präparat vor und das halbe schlafen okay die farbe schaut ein bisschen sehr komisch aus es riecht auch sehr komisch es riecht nach einem medikament und ich lasse medikamente ich lasse das jetzt mal zähneputzen ziehen die weile gehe ich mein zähneputzen ich habe ein bisschen mehr Dann mache ich das gleiche Prozess wie heute morgens, wieder ein Serum. Eintrocknen lassen und anschließend kommt meine Creme drauf. Jetzt kommt die Creme drauf. Und dann 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 kommt die Creme drauf. Aber geschafft habe ich das für heute. Das schmeckt wie aufgelöste Pulver. Gemisch mit besser anzifubten Puder Partners in personne. Das habe ich jetzt leer getrunken, das hat wirklich sehr entlang geschmeckt wie Antibiotenkommunist mag gar keine Medikamente. Wie gesagt, ich habe mir so ein Blatt erstellt und da kann ich jetzt nur eins durchdrechnen. Ich bin sehr stolz auf mich. Einen Tag habe ich geschafft ohne Zucker, ohne Weizen, ohne Pernidrate mich zu ernähren. Ich habe so gegen Mittags gemerkt, wie ich so Lust hatte auf trockene Obst, aber auch das habe ich überwinden können. Also eins darf man schon mal abwarten. Für heute ist es schon mal geschafft. Gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen.